Der Klaas Europa entspricht allen Anforderungen, die an einen leistungsstarken Mähdrescher gestellt werden. Durch den aufgebauten Kormtank wird der Mähdrescher zur Einmannmaschine. Von dem bequemen Fahrersitz aus liegen alle Funktionen der Maschine im Blickfeld des Fahrers und die Arbeit des Schneidwerks ist gut zu übersehen. Der Klaas Europa trägt seinen Namen zurecht. Er wurde für die schwierigen Ernteverhältnisse der intensiven europäischen Landwirtschaft entwickelt. Seine auf Leistung abgestimmte Konstruktion und die vielseitigen Sonderausrüstungen machen ihn zu einem Mähdrescher, der allen Ansprüchen genügt. Bahn frei für den Europa. Bahn frei für den Bauch. Saare Gott, rozm